Wenn auch Sie unter Harninkontinenz leiden, sind Sie nicht allein. Millionen Männer leben mit Harninkontinenz und ihre Zahl steigt weiter. Damit umzugehen ist eine große Herausforderung. Es kann teuer, schmerzhaft oder sehr peinlich sein und schränkt somit für viele die Lebensqualität enorm ein. Doch jetzt gibt es eine neue Lösung. Men's Liberty. Dieses neue, innovative Produkt gibt Ihnen Ihre Lebensfreude wieder zurück. Vor Men's Liberty gab es die Hilfsmittel. Katheter, Urinalkondome, Einlagen und Windel. Doch alle können zu unterschiedlichen Problemen führen. Katheter bedeuten oft ein hohes Infektionsrisiko und sind schwierig in der Anlage. Urinalkondome gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Bei unzureichender Anpassung kann dies zu undichten Stellen und somit zu Hautirritationen führen. Windel und Einlagen sind dem Betroffenen oft peinlich, unbequem zu tragen, können durchnässen und dadurch schlecht riechen. Men's Liberty kann all diese Probleme jetzt einzigartig lösen. Gewinnen Sie Ihre Lebensfreude zurück und lernen Sie mit Ihrer Inkontinenz besser zu leben. Men's Liberty verursacht keine Schmerzen und lässt sich einfach anbringen. Und so funktioniert die Anlage. Säubern und trocknen Sie Ihr Genital. Waschen Sie sich dabei mit Wasser und pH-neutraler, nicht rückfettender Seife. Bei Bedarf ziehen Sie Ihre Vorhaut zurück. Nutzen Sie das Bioplast-Tuch und tragen einen Hautfilm auf die Eichel auf. Lassen Sie den Hautfilm kurz antrocknen. Positionieren Sie nun Men's Liberty mit dem Ventil nach oben. Entfernen Sie das Schutzpapier von der Klebefläche. Setzen Sie die Öffnung von Men's Liberty an der Penisspitze an. Kleben Sie wechselseitig einen Klebeflügel nach dem anderen an. Nach leichtem Andrücken kleben Sie zusätzlich das Flügelpad darüber. Drücken Sie das Klebesystem für 20 Sekunden fest, bis alles gut haftet und dicht abschließt. Schieben Sie bei Bedarf Ihre Vorhaut wieder nach vorne. Danach kommt Urin dank Men's Liberty nicht mehr mit der Haut in Kontakt, ist absolut dicht und schützt Sie so sicher vor Durchnässen. Es kann bei Bedarf auf einfache Art entleert oder direkt mit einem Beinbeutel verbunden werden. Das Klebesystem besteht aus hydrokolloidem Material, ist latexfrei, hypoallergen und extrem hautfreundlich. Bei einer empfohlenen Tragezeit von 24 bis 48 Stunden haftet der Rundumschutz unabhängig von der Penisgröße sicher und ist sehr angenehm zu tragen. Nach dem Gebrauch kann Men's Liberty problemlos abgenommen werden, indem zunächst die Flügelpads entfernt werden. Für zusätzlichen Komfort nutzen Sie das Freedom Spray. Doch das Beste, Men's Liberty ist diskret, weil es sich unauffällig in der Unterwäsche und unter Ihrer Kleidung tragen lässt. Men's Liberty ist ein zugelassenes Medizinprodukt mit FDA- und CE-Konformität. Ein Leben mit Harninkontinenz war noch nie so einfach. Holen Sie sich Ihre Freiheit und Ihr selbstbestimmtes Leben wieder zurück. Bestellen Sie noch heute das Starter-Set von Men's Liberty online. Ihre neue Freiheit ist nur noch einen Klick entfernt. www.männerinkontinenz.de 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 www.männerinkontinenz.de